Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen heute ein richtig heftiges Spiel, wo wir mit den Killern kommen müssen. Und ich werde heute auch noch mal Killer werden. Es wird auf jeden Fall heute mega heftig. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Tritt auf jeden Fall einmal, kannst du euren Handy, drücken auf die Glocke und jetzt zieht Spaß mit diesem heftigen Video. Wow! Boah, Alter! Wie sind wir denn hier? Boah, Kaspar, komm schnell nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, okay, wir haben noch neun Minuten Zeit, um den Punkt zu verlassen. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott. Hier ist irgendwo ein Killer unter uns. Ähm, unter uns. Okay, wir sollen, ja, wir sollen hier irgendwas suchen oder nach Items oder sowas oder was? Genau, wir haben zum Beispiel jetzt hier... Hier ist ein Blatt. Wie, das ist ein Blatt? So eine Notiz, ich hab's hier gefunden. Stimmt. Hä, voll gut. Aber hier ist war noch irgendwas im Haus. Im Haus? Boah. Bin oder was? Ne, doch nicht. Okay, okay, pass auf, pass auf, es sieht echt ziemlich gruselig. Guck mal, was macht der hier? Oh, guck mal, wir brauchen Benzin. Stimmt. Oh Gott, hast du es gehört gerade? Ich hab's gerade gehört. Ich hab Benzin, ich hab Benzin. Soll das hier rein jetzt? Ja, ne? Ja, 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 genau, mach da rein. Okay, ich füll, ich füll, ich füll. Okay, okay, pass auf, wir müssen das bei ganz vielen Orten machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz viele kleine Missionen machen, um zu entkommen. Warte, ich hole hier nochmal ganz kurz Benzin. Weißt du, wer hier heute unser Feind ist? Wer denn? Einfach, ich glaube, einfach mal die Dunkelheit ist unser Feind heute. Warte mal, mein Herz schlägt. Wieso? Warum schlägt mein Herz so laut? Wieso, was los? Oh, der bringt auch Benzin sehr gut. Ich glaub, wir sind bei der Killer. Der Killer! Wo ist er? Er ist hinter mir, Kaspar. Nein, wo ist er? Zeig mal, ja. Ich seh dich. Komm hier, komm hier, komm hier. Nein, komm hier, komm hier. Oh nein. Schnell, lauf, lauf, lauf. Ich will noch nicht sterben. Komm her, komm her, komm her ins Haus. Der ist voll schnell. Mach die Tür zu. Das ist eine Sackgasse. Doch nicht. Okay, ich tu, wie man abgehängt, wie man abgehängt. Okay, alles gut. Nee, 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 nee. Der ist ja noch irgendwo. Im Haus, der ist im Haus gerade. Oh mein Gott, da waren wir gerade. Er sieht unseren Herzschlag. Er sieht uns, er sieht uns. Er sieht unseren Herzschlag. Ja, ja. Wir müssen gar nicht schnell weglaufen, Kaspar. Okay, 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 okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Benzinkanister, habe ich das Gefühl, oder? Ja, hier ist noch einer drin. Oh Gott, Kaspar, der ist jetzt direkt hier neben mir. Wo ist der, wo ist der Killer? Da hinten, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, pass auf, wir müssen eigentlich nicht mehr gar nicht so viel machen, ne, oder? Wir müssen zwei Generatoren fixen. Siehst du, das oben ist der... Oh mein Gott, das ist doch hier. Stimmt, stimmt, stimmt. Der eine wird schon gerade repariert. Er hat gerade einen umgenietet. Oh mein Gott. Ich habe es gesehen. Oh. Ich habe es gesehen. Okay, okay. Oh mein Gott. Ich will noch nicht drauf gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, du hörst dich auch schon ziemlich krank an, aber was ist denn hier noch alles? Oh Gott, oh Gott. Hier der Generator, können wir hier irgendwas machen? Was musst du denn machen? Hier, reparieren, ich repariere ihn. Stimmt nicht auch. Nein, ich habe ihn kaputt gemacht aus der See, glaube ich. Jut, jut. Nochmal, 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 nochmal. Oh Gott. Der Killer muss irgendwo sein. Muss man da mal loslassen, oder was? Ah, der Killer ist bei uns. Nein, lauf. Ne, man muss nicht loslassen, man muss einfach nur drücken. Und er ist jetzt fallen, passt auf. Pass auf, pass auf. Also du darfst am besten nicht... Oh Gott. Siehst du, da vorne wird einer repariert, glaube ich gerade. Okay, da hinten wird einer repariert, okay, lass mal ein bisschen mithelfen. Lass mal hier links auch mithelfen. Nein, lass, lass, äh, lass hier, da vorne, lass einfach den, den machen. Okay, okay, okay. Wir brauchen ja nur zwei. Ah, ja, stimmt. Hä? Ach, der repariert den, der muss da reinnehmen müssen. Der ist von alleine, glaube ich, weil der schon läuft, oder? Ja, der hat den repariert, okay, komm. Lass uns den hier nehmen. Okay, wir brauchen noch einen. Da vorne rechst du den? Die machen den schon. Lass, die machen den schon. Und? Ne, ne, komm, oder? Ja, die haben den, die haben den, und? Drei, zwei, eins. Oh, komm, 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 komm. Ja, okay. Ja. Hä? Der sieht aus wie ein Zombie. Wie jetzt? Wieso sieht der aus wie ein Zombie? Oh, jetzt wissen wir, oh nein. Wir müssen, okay. Nein, der Killer, sie jagt mich. Ja? Hilfe, der ist offen, der ist hinter mir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich sehe es gerade. Oh, mein Gott, der ist schneller als ich. Der ist schneller als ich. Okay. Nein. Wieso ist der schneller als ich? Was? Wachst du auf. Eier, habe ich einmal getroffen. Aua, jetzt bin ich, jetzt kann ich weg. Komm, 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 weg. Lauf, Kaspar, lauf. Ich sehe es gerade. Der jagt mich immer noch. Ich brauche Hilfe, Broxo. Ich brauche jetzt echt langsam mal Hilfe hier. Hallo. Hallo. Dann komm doch zu mir. Ja, ich bin tot. Ja, was machst du denn? Ja, weil der nur auf mich geht 10 Minuten lang. Ja, ganz im Ernst, ey. Ich bin jetzt gefangen. Ich bin hier in so einer Hütte. Du kannst mich befreien, Broxo. Ja, ja, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Alter, der ist nur auf mich gegangen die ganze Zeit. Voll assi. Jetzt muss ich dich nur noch irgendwie suchen. Ja, ich bin in einer Hütte gefangen. Du siehst noch, wie lange. Ich komme, dann gehe ich drauf. Bist du da drin? Los, ich bin in so einem Dixi-Klo hier, Broxo. Ja, warte, ich will nicht raus. Ja, da bin ich, das bin ich. Ja. Oh mein Gott. Ich mache auf, ich rüttel. Mach auf, bitte. Ja. Ja. Oh mein Gott, weg jetzt. Aber du bist verletzt. Ja, ja, der hat mich einmal zugestochen bei mir. Warte mal, ich kann nicht heilen. Ja, mach mal. Oh nein, er kommt. Ich bin draufgegangen. Ich bin in die Falle getrunken oder so. Nein. Nein, nicht dein Ernst. Ich bin wieder in der gleichen Box. Ich bin wieder in der gleichen Box. Hol mich, ja, komm, der holt mich raus, komm schon. Hol mich doch raus, der ist genau neben mir, der Typ. Er verfolgt mich jetzt. Er weiß, ich bin gut. Da hast du keine Chance, da hast du keine Chance. Ah. Nein. Ich bin getroffen. Ich bin auf Adrenalin. Er geht allen aus dem Weg. Ja, du holst mich raus. Er nimmt nur mich. Er hat mich rausgeholt. Ja. Hilfe, Kasper. Bist du in der Box drin? Nein. Hiel mich. Hiel mich. Oh. Ja, der heilt mich, der heilt mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er verfolgt mich immer noch. Du überlegst es langsam mal, oder was? Nein. Oh mein Gott, der heilt mich. Was ist ein Erdmann? Der geht dem einen einfach aus dem Weg, den Bakenkopf. Jetzt kommt der. Nicht Bakenkopf. Das ist ein Bakenkopf. Nein. Jetzt ist er in der Mierde. Oh mein Gott, nein. Okay. Der hat mich schon wieder. Ich glaube es war das. Was ist das denn? Ich bin schon wieder in der Hütte gefahren. Hol mich raus, bitte. Oh, in welcher? Ja, hinten irgendwo mitten. Du siehst das mit so einem Tür-Symbol. Ja, ich lauf da gerade hin. Ja, danke, danke. Ich hol das jetzt gerade. Hol mich raus, hol mich raus. So, äh, bin fast da. Ja, ach da kommt schon ein anderer, da kommt schon ein anderer grad, weil du nicht, da, ja, ah, ah. Aia. Mann. Du könntest mich auch healen, glaube ich, wenn ich stillstehe, oder? Da, ich mach das gerade. Okay, sehr gut, danke, danke. Jetzt mach du. Oh, ich werd geheilt. Heile mich, ja komm. Ja, guck mal, der verartigt mich. Der Ehrenmann, der heilt mich auch. Aber ich glaube, gleich kommt der Killer. Locker nicht. Wir haben noch drei Minuten, wir müssen jetzt echt mal anfangen, Boxe. Wir müssen hier irgendwelche Boxen. So. Lauf. Hier, komm mit, komm mit, hier, hier. Hier können wir irgendwas machen. Ja, ja, ich weiß. Hier, wir müssen inspecten. Und jetzt müsst ihr das Ding da reinpacken. Siehst du das? Pack das Ding da rein. Ich pack rein. Ja, ist drin, ist drin. Sehr schön. Wir brauchen noch mehr von den Stäben. Wir brauchen noch mehr von den Stäben. Ja, da vorne sind glaube ich noch zwei Stücke oder so. Was ist hier schon irgendwo wieder? Schnell, da müssen wir, die müssen da quasi den Stapel reinpacken. Egal, der will schon genau vor mir. Egal, er sieht uns nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben nur noch zwei Minuten, ne? Oh nein, mein Herz schlägt schon wieder. Meinst du auch, meinst du auch. Wir haben nur noch zwei Minuten, Brock. Okay, ich mach gerade die Kiste auf. Ja, das sieht gut aus, als würde ich hier auch noch rein. Ich hab noch mal ne Note gefunden. Ja, die bringen eigentlich gar nichts, die Notes. Hier, ich mach mal auf. Ach so, ein bisschen XP. Ein bisschen XP. Also wir müssen so ein Ding reparieren, Brock. Wir müssen echt mal zusehen jetzt. Ich weiß, guck mal oben jetzt. Eins von zwei. Oh, sehr, sehr schön. Ich reparier mal den beiden. Du musst einfach nur diese Stäbchen nehmen und die in diese Box reinpacken. Ja, sehr gut. Warte mal, ich rette mal kurz hier den Typen. In so ne Strombox, aber wir müssen drei Stück in eine packen. Und bam, raus mit dir. Sehr schön. Den hab ich befreit hier. Hast du schon? Einen hab ich befreit, ja. Und das hat er aber gesehen anschein. Ich mein, in ne Strombox was gepackt. Nein. Nein, der hat mich direkt. Ich bin, Brock, ich bin wieder in einem Kerker drin. Also wirklich. Ja, der kam auf einmal aus dem Nichts. Nein, ich bin komplett draufgegangen. Als ob. Ich kann dir nur zugucken jetzt. Ja. Ja, aber es ist ja eh nur noch eine Minute. Ja, also du meinst, was schaffst du noch? Ja, ja klar. Ihr helft dem ja gar nicht. Ich muss alles allein machen. Ein letzter noch. Ein letzter noch. Dann hast du's. Dann hast du's. Ja, hier komm. Ja. Schaffst du. Schaffst du. Und? Oh, der ist da vorne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und? Und rein da. Ja. Ja. Jetzt ist irgendwo auch was aufgegangen, oder? Ich weiß nicht. Hey, Colt, ist irgendwo was aufgegangen, wo du jetzt raus kannst? Es wird Tag. Es wird Tag. Escape. Die Nacht ist vorbei. Okay. Da. Hier. Ja. In den Tunnel los. Der kommt. Der kommt. Oh, mein Gott. Wo denn? Ich hab mir gerade gehört nochmal. Da kommt er. Da. Auf. 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 Schnell im Bunker rein. Oh, sieh. Ja. Wir sind gekommen. Sehr gut. Ich bin dem blöden Typen gekommen. Endlich. Oh. So. Oh, mein Gott. Kommt ich jetzt schon raus, oder was? Ah, ja, ja. Ich bin ja voll schnell. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Also ich muss jetzt hier wieder die Mission machen. Lass mich in Ruhe. Hast du denn gehört? Ich seh jetzt. Das Ding ist, ich seh jetzt gerade dein Herz. Ich hab gerade so eine Attacke gemacht. Lol. Deswegen siehst du das die ganze Zeit, oder was? Lol. Ich seh jetzt gerade von jedem das Herz. Lol. Jetzt wird's schwächer wieder, ne? Ah. Ja, nee. Ja, jetzt ist es weg. Okay, okay, okay. Das ist natürlich schon ganz schön stark. Dann versuch mal dein Glück. Aber ey, wenn ich den getroffen habe, bin ich langsam mal kurz. Hier. Warte mal rausnehmen. So. Sehr schön. Und bam. Reinpacken. Ah, ich kann Türen zerstören. Sehr schön. Hier. Das war schon mal der Erste. So. Dahinten ist der nächste. Na, wo ist er? Hä? Wer ist wo? Wo bist du? Ich versteck mich hier. Ich mach hier in Ruhe die Mission. So, den nächsten. Ich hab gerade einen getroffen, aber der ist weg. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele hier gerade am Leben sind, ne? Oh Gott, da gibt's sogar noch einen drinnenstab. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Hier. Ich sag's, ich werd euch direkt holen, ne? Ich mach mal hier kaputt. So, bam. Oh mein Gott, das bist doch du. Das bist doch du. Wer ist hier drin, hä? Niemand. Da war niemand gerade drin. Hä? Hey, hier ist doch gar keiner. Wieso ist mein Herz so schnell? Wieso ist mein Herz so schnell? Ich hör hier doch was. Da. Nein. Bam. Wo ist da der Bacon? Ja. Boom. Ich hab's passiert. Sehr schön. Es wird schon heller. Sehr gut. Okay. Ich hab schon... Sag mal. Okay. Ah, da seid ihr alle, also alle. Was willst du, hä? Nein. Lass mich. Hier ist auch einer noch drin im Haus. Lass mich. Du hast das verstanden. Ich will hier in Ruhe die Benzigerliste auf. Ist da einer drinnen im Haus, oder was? Wo ist der? Da ist er. Bam. Füll auf jetzt hier, bitte. Und, komm, nochmal. Bam. Oh mein Gott, du hast ihn komplett zerstört. Was? Du hast ihn komplett zerstört. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott, hau ab. Ja. Oh mein Gott, du hast mich sogar getroffen. Natürlich. Das wusste ich nicht, dass du mich direkt triffst. So, ha? Wo seid ihr? Oh. Auffüllen und so, was? Ja? Was ist los? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Ich muss das hier jetzt reinfüllen. Oh, da ist einer gerade gefackt, ne? Boah, das ist mit dieser Tür, das ist nervig. Hast du den gekillt, den einen? Ne, ne. Nicht? Okay, okay. Wo ist denn der jetzt hin? Hier, ich füll das mal kurz rein hier. Hä? Da vorne sind zwei. Okay. Boah, das war voll schnell. Wie oft hast du diese Attacke mit diesem Herzen? Das musst du mir mal sagen. Alle 90 Sekunden. Alle 90 Sekunden. Das ist ja schon ganz schön oft, ne? Und? Bam. Bam. Ja. Erster Tank fertig. Komm schon, hä? Kleiner Racker. Rein damit jetzt. Boots. Boom. Ich hab noch einen geholt. Ja, er hat den Kanister. Füll rein, füll rein, füll rein. Nein. Oh. Das sind ganz viele, das sind ganz viele. Wie, das reicht nicht. Bam. Jetzt der Kanister nicht lassen. Ich hab ihn ange, äh, angemachetet. Okay, ja. So, wo ist der? Hallo? Oh mein Gott. Da seh ich ihn doch, da vorne. Schnell. Unfall rein, füllen. Hallo? Rein, füllen. Los. Komm schon. Oh, ich hab einen getroffen. Oh mein Gott. Also ich muss schon sagen, du bist echt ein ziemlich schlechter Killer, ne? Du bist ja einfach echt nicht so gut als Killer. Alter, die kämpfen ja beide hier da drin. Wie, die kämpfen oder was? Oh. Nächste Mission. Den hol ich mir so was vorne. Es wird noch heller. Zack, den hab ich mir geholt. So. Wo sind die anderen, hä? Wo versteckt ihr euch? Hier, die hat Toren. Hier. Die geht schnell, die geht schnell. Da vorne. Komm schon. Nein, ich hab ihn kaputt gemacht. Bacon. Ah, ja. Und hier ist noch einer. Sehr gut. Los, komm her. Oh mein Gott. Kleiner Racker. Und? Los, trau dich doch raus. Und nochmal. Oh mein Gott. Ja, du hast den da gleich da drin. Du hast den gleich da drin. Hier nochmal. Nochmal. Sehr schön. Ich mach den gerne heile. Bam. Ich mach ihn hier heile. Sehr gut. Geh noch ein bisschen an die vorne. Rechtses Kabel. Hier hinten links. Sehr. Geh weg. Lass mich. Ich hab den gar nichts getan. Ich hab den gar nichts getan. Nein. Mann. Jetzt sind alle eingefangen, glaube ich. So. Na, wo sind die anderen? Ich glaub, du hast alle geholt, oder? Es sind vier Leute eingefangen. Da vorne ist doch einer. Befrei uns. Da vorne sieht doch ein Herz. Befrei uns. Da vorne sieht doch ein Herz. Die ersten zwei sind tot. Oh mein Gott, was? Nein. Oh mein Gott, was? Wie der rennt. Kommt schon. Der nächste ist tot. Nein. Die holen die nicht aus. Ja, kleiner Racker. Du würdest mir sagen, dass ich den Generator gerade fast fertig habe. Und die befreien mich jetzt hier nicht. Die befreien mich nicht. So. Na vorne war noch einer oder so, ne? Nein. Sag mal, die kommen ja alle wieder. Hilfe. Hilfe. So, wo ist der? Befreit mich. Den hole ich mir jetzt. Wieso kommt hier jetzt gerade keiner her und holt mich raus? Der Countdown läuft ab. Und dabei habe ich den Generator fast komplett repariert, ganz alleine. So, okay. Sehr gut. Sehr gut. Er läuft doof weg. Er läuft ganz doof weg. Das war's. Das war's mit mir, Brox. Ja. Ja, ich habe Kasper besiegt, Freunde. Aber den muss ich mir noch gerade holen. Ja, ich habe ihn noch getroffen. So, wo sind die anderen, hä? Ah, ich habe gewonnen. Was? Du hast gewonnen noch? Oder habe ich verloren? Wie, du hast gewonnen? Ich glaube, ich habe verloren. Verdammt. Aber war noch lustig, Kasper. Ich bin draufgegangen, gar nicht lustig. Das soll das für die Videos gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Checkt die beiden Videos aus. Und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.